Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen hier zu einer weiteren Folge von Elisha Online. Ja, letzte Folge, habt ihr vielleicht gesehen, war die Folge, wo wir versucht haben den Harlem Shake zu drehen. Ich habe mir mittlerweile das Ergebnis angeschaut, ihr vielleicht auch schon. Das hat Jessie nämlich schon hochgeladen auf YouTube und also einmal könnt ihr es finden, indem ihr einfach bei YouTube in der Suche eingibt, Elisha Online und Harlem Shake. Wenn ihr meine Let's Plays schon alle verfolgt habt, schaut am Ende von Folge 20. Da habe ich das nämlich unten rechts in so einem kleinen Kasten verlinkt, dass ihr gar nicht mehr großartig suchen müsst. So. Auf geht's zu Folge 21. So. Ich bin jetzt gerade etwas vermiert. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Es kann nämlich sein, dass ich ein Tonproblem habe. Nein, ich habe kein Tonproblem, was auch eben da für ein Geräusch bei mir im Hintergrund in Windows war. Ja, ihr Lieben, eine Woche. Eine Woche sind jetzt die Elisha-Server noch online. Ob ich vielleicht noch irgendein Ei was ausbrüten kann? Muss ich mal gerade schauen. Ich glaube nicht. Nein, ich habe keins mehr. Ach ja, gestern war ja Mittwoch. Und... Ich Idiot. Habe ich ganz vergessen. So. Erstmal wieder hier Rüstung und Möhrchen holen. Ein besonderes Scherz ist jetzt momentan nicht dabei. So. Und noch ein bisschen was an der Rüstung ändern, wie immer. Ach, das ist schon wieder alles abgelaufen. Na, da muss ich doch direkt mal fix in den Shop und das nachkaufen. Näm, 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 näm. Da will ich hin. Genau. Die Hufeisen. Die kann ich eigentlich mal... Ja, nee. Sieben Tage. Das passt schon so. Länger geht ja eh nicht mehr. So. Und ab zum Umkleiden. Ach, hat er jetzt direkt schon an. Stimmt ja. Stimmt ja. So. Ich überlege gerade. Ich habe, glaube ich, gar kein Pferd mehr, was auf Rennen spezialisiert ist. Ich möchte euch nämlich gerne mal, da ich nicht weiß, ob ich... Also, da ich nicht weiß, ob ich nie mehr in einem Rennen reinkomme, weil da ja teilweise festgelegte Maps ausgewählt wurden, würde ich euch gerne mal im Solo-Rennen eine bestimmte Map zeigen, die es nur im Race-Modus gibt und nicht in den Battle-Modes. Was nehme ich? Was nehme ich da? Ach, das können wir uns doch eigentlich mal mit Schoko ansehen. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da hinkam. Ich mache es so selten. So, hier. Race. Map-Auswahl. Die hier müsste das sein. Genau. Ich mache das jetzt einfach mal auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, weil ich mir ganz viel Zeit dabei lassen möchte. Ich möchte euch jetzt hier nicht die Strecke gehetzt vorstellen, sondern ich möchte, dass ihr was davon habt, wenn ich die euch schon zeige. So. Gamepad geschnappt. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn er eigentlich so die Standardfarbe hat, wie das erste Pferd hat, was man bekommen hat. Irgendwie ist ja doch Schoko mein Liebling geworden. Hier, das ist so eine Dschungel-Wald-Azteken-Mapper. Also richtig, richtig hübsch finde ich die. Und die ist super, super lang. Ach, Y-Wald aufschwimmen, oder? Ja. Die ist sehr lang, aber das ist auch keine Rundgröße. Also es ist eine Einfachstrecke. Oh, jetzt habe ich da oben direkt bestimmt Race-Mode, das ist ja das mit den mit den Hufeisen. Okay. Also ich finde es eigentlich wirklich schade, dass die in den Battle-Modes nicht verfügbar ist. Ich meine, das wäre ja auch da möglich. Ich bin jetzt schon am überlegen, was haltet ihr davon? Wenn ich... Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob es technisch möglich ist. Ich habe nämlich die ganzen aufgenommenen Teile aus Platzgründen schon wieder gelöscht. Also die Einzelteile, die folgen, habe ich natürlich noch. Aber wenn es technisch möglich ist mit meinem Videoprogramm, würde ich vielleicht ein paar Szenen rausschneiden aus den ganzen Indischer-Folgen, die ich gedreht habe und so ein kleines Best-of davon machen, wenn die Server dann offline sind, so als schöner Rückblick. Wie gesagt, ich kann nichts versprechen, auch wenn ihr jetzt sagt, ja, mach das bitte. Ich kann es natürlich nur machen, wenn es auch von den technischen Möglichkeiten her funktioniert. So, das war auch schon die Strecke. Ich finde sie wirklich richtig gut gelungen. Also mir gefällt sie tatsächlich. Also, ja, ich finde eigentlich, es ist mit die schönste Strecke von allen. Also, Und was kriege ich? Hoi, juhu. Oh, ich habe sogar noch einen neuen Rekord geschafft. Ich wollte mir doch eigentlich Zeit lassen. Mensch. Beeinfluss. Ich bin doch immer noch dran. Ich will doch noch züchten und da ich jetzt schon über eine Million Carrots gerade habe. Tachi könnte ich züchten. Die haben mir zu viel darauf, ihre Fellhabe weiter zu vererben. Ich probiere es lieber mal mit Fluttershy, dass sie auch die besten Werte hat von all meinen Pferden. Die bin ich auch schon lang nicht mehr geritten. Muss ich sagen, fühle ich mich eigentlich fast ein bisschen schlecht wegen. sagen, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Vererben die alle ihre Fellfarbe nicht mehr? Die einzigen, die die vererben, sind schweineteuer und haben schon nur noch drei Herzen. Dann werde ich wohl mal hier die Fellfarbe rausnehmen, die Begrenzung und einfach mal so gucken, ob vielleicht noch irgendwas Hübsches dabei ist. So. Schimmel haben wir schon. Ja, das ist eben nur Plus Eins. Mir gefällt die Fellfarbe schon auch wirklich gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist nicht unbedingt so sinnvoll, wenn hier nur die Plus Eins steht. Genauso hier bei dem Schimmelchen. Das ist einfach zu ungewiss, was dabei rauskommt. Auch hier Plus Eins ist natürlich ein Bild von einem Schimmel. Das gibt es doch nicht. Es sind schon überall nur noch drei. Das ist ja so extrem teuer. 700.000. Das muss auch alles irgendwie irgendwo noch gehen. Trotzdem, ich muss sagen, es juckt mich in den Fingern, das zu probieren. Ich probiere es einfach mal hier mit. Er hat zwar auf Geschwindigkeit die Punkte und nur Plus Sieben, aber kostet auch nur 100.000. Und es kommt ein Fohlenbeil rum. Es ist ein Palomino. Ja, mit den Werten kann ich jetzt nur leider Gottes überhaupt nichts anfangen. Es macht tatsächlich keinen Sinn, mit den Geschwindigkeitsbreeds zu züchten. Ähm, ähm. In dem Sinn. Oh Gott, ist der kleine Süße. Aber was? Ich kann... Oh. Tut mir leid. Oh Gott, ich muss ganz schnell wieder in die Zucht gehen. Das kann ich nicht mal angucken, wenn der geht. Hm. Ich hatte doch hier eben noch einen anderen schwarzen gesehen, mit dem ich es mal versuchen wollte. Ist er jetzt ganz weg? Nee, der war das. Kann ich es aber auch mit dem probieren. Nee, mach ich es mit dem. Ich probiere es einfach mal. Dann ist aber auch mein Geld schon wieder weg. Mit den ganzen schönen Carrots. Und es ist ein Fohlen. Oh, meine etwas seltenere Fellfarbe. Bis auf 91 trainierbar ist jetzt nicht so toll, aber es ist eine wirklich hübsche Fellfarbe. Den behalte ich mal. Geht es so mit Leerzeichen? Nein, es geht nicht. Dann nenne ich ihn nur Star. Auf Morningstar bin ich gekommen. Kennt ihr den allerersten Teil von Ridingstar? Das war so ziemlich mein erstes Computerspiel, was ich mir für meinen eigenen PC habe schenken lassen. und das Pferd hieß Morningstar. Und der Charakter, mit dem man dritten ist, den konnte man damals noch umbenennen. Also das Pferd hieß definitiv im Story-Mode immer Morningstar. Der Hauptcharakter hieß auch immer Sarah Green. Ach, das würde ich auch gern nochmal spielen. Aber das habe ich zuletzt überhaupt nicht mehr zu laufen bekommen. Ich meine, das war für Windows 95,97. Müsste ich mal gucken, ob das irgendwie mit dem Kompatibilitätsmodus funktioniert. Also ich muss schon sagen, Star ist ein recht hübsches Fohlen geworden und eine sehr ungewöhnliche Farbgebung. Ihm zu ehren reite ich dann einfach nochmal mit seiner Mami in ein paar Rennen. Was heißt ihm zu ehren? Eigentlich dürfte ich es ja jetzt nicht von ihm wegholen. Ist ja gerade erst geboren, der Kleine. Aber ich muss Fluttershy einfach nochmal aus dem Stall holen. Ich meine, wie gesagt, sie ist einfach mein bestes Pferd hier im Stall in Anführungsstrichen eigentlich hier auf der Weide. Ach, das ist so nervig, wenn man hier so ewig lang warten muss, bis die Zeit hochtickt. Wo bin ich jetzt? 1,50? Ja, immer diese Wartezeiten. Aber das mit Riding Star, das ist jetzt echt meine Idee. Ich weiß gar nicht, ob ich die CD hier noch irgendwo rumfliegen habe. Müsste ich eigentlich also weggeschmissen oder sowas oder weggegeben, habe ich die auf keinen Fall. Ich habe auch die anderen beiden Teile gespielt, den zweiten und den dritten, aber ich muss ehrlich sagen, da ist bei mir nie das Feeling und der Spielspaß aufgekommen, wie beim ersten Teil. Ich weiß nicht, da ist einfach der Funke nicht übergesprungen. Und sonst, dass ich es sonst noch so für Pferdespiele gespielt habe, es sind eigentlich relativ wenige, weil viele sind ja doch eher so auf rosa, blümchen, bunte, heile Welt gemacht. Ich bin dann doch eher für die Reitsport-Simulationen, also nicht, wo ich Ewigkeiten damit zubringe, das Fett zu putzen, sondern einfach, was auf Training und Turniere ausgelegt ist. Von daher, was mir auch noch recht viel Spaß gemacht hat, ich bin gerade am überlegen, was das für eine Jahreszahl dahinter war. Auf jeden Fall gab es ja dieses Isabel-Wert-Reitsport, das habe ich recht gerne gespielt, dann das auch schon ganz alt und hatte damals auch noch eine ziemlich miserable Grafik, das war Equestria 2001. Dann habe ich sehr gerne gespielt, auch das Lusinda Green's Equestrian Challenge und auch der erste Teil von My Horse and Me hat mir ganz gut gefallen, aber da auch nicht die Sachen mit Sternchen einsammeln oder sowas, sondern einfach nur wirklich pur das bloße Turnierreiten und dafür war es mir dann eigentlich schon wieder ein bisschen kurz. Aber wenn man ein kurzweiliges Spiel sucht, ist es definitiv echt gelungen. So, bin ich jetzt nach der ganzen Wartezeit rausgeflogen. Dankeschön. was mir besonders an damals schon Equestria 2001 und dann auch an Lusinda Green's Equestrian Challenge gefallen hat, das war wirklich, dass die Parcours, sowohl die Dressuraufgaben als auch das Geländespringen und auch die Springparcours im Stadion, dass sie einfach wirklich der Realität nachempfunden waren. Also, der Geländeparcours, der hatte, war komplett gleich aufgebaut, die genau die gleichen Hindernisse, alles super top nachempfunden. Und auch die Hindernisse beim Springhalten, also alles Hindernisse, die auch wirklich so in, was war das denn? Es war Kentucky, Fundmenten und Berkeley, glaube ich. Wie sie da auch in echt stehen. Also, da haben die sich schon wirklich Mühe beigegeben. Und ich sag mal, grafisch ist eigentlich das My Horse and Me an Pferdespielen kaum zu übertreffen. Wobei ich da dann jetzt doch recht hohe Erwartungen reinstecke, also jetzt auch mal von Realismus, Lisha Online sieht ja eigentlich grafisch auch wirklich sehr schön aus. Aber auch besonders grafisch, nicht nur inhaltlich, sondern auch grafisch, habe ich wirklich große Hoffnung bei dem bei einem Online Pferdespiel. Das kommen soll dann auch auf Deutsch. Riding High heißt es. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, gesehen, gelesen, wie auch immer. Das soll, wenn alles gut geht, dieses Jahr am 1. November rauskommen. Und das, was da momentan so an Bildern schon, was es da schon zu gibt, das lässt also wirklich hoffen, muss ich sagen. Jetzt habe ich das vergessen, was ich auch super gerne gespielt habe. Das habe ich schon seit der Beta gespielt. Das war, ähm, ach, wie hieß es denn noch? Riding Club Championships, genau. Das war auch wirklich klasse. Ich muss aber sagen, das Problem war hinterher, als es Free-to-Play wurde, als man nicht mehr die 5 Euro, oder was das damals waren, zahlen musste monatlich. Da war das so überlaufen, dass die einfach nicht mehr mit den Servern hingekommen sind. Das hat extrem gelegt. Es gab Wahnsinnsverzögerungen. Und dann wurde das Spiel ja zum Facebook-Browser-Game gemacht. Und ich finde, für ein Browser-Game ist es wirklich gut, aber es ist definitiv nicht mehr mit dem alten Riding Club Championships zu vergleichen. Ich spiele es nicht mehr. Ab und zu mal, wenn ich große Langeweile habe. Aber es fesselt mich einfach nicht mehr. Es hat so viel Spaß gemacht. Aber es hat durch den Wandel vom normalen PC-Spiel, was man runterladen und installieren musste zum Browser-Game doch meiner Meinung nach einiges an Spielspaß eingebüßt. Das kennen bestimmt mehrere von euch. Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile auf Facebook spielen, aber es ist auf jeden Fall schon eine größere Menge. ich weiß nicht, ob es möglich ist. Vielleicht kann ich ja mal... Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht auch mal so eine Rubrik angezockt hier auf der Homepage mache, wo ich einfach Spiele vielleicht so drei Folgen lang vorstelle. Vielleicht ist es mir da auch mal möglich, das Browser-Game wirklich vorzustellen. Ich habe ja mit meinem Video-Programm die Möglichkeit, im Fenstermodus auch meinen Desktop aufzunehmen. Ich kann nichts versprechen, aber eventuell wäre das mal etwas, was ich zeigen könnte, wenn ich das hier mit Alicia Online nicht mehr habe. Solange das jetzt noch die eine Woche läuft, möchte ich mich da aber weiterhin noch voll darauf konzentrieren können und nicht groß irgendwas anderes, mit irgendetwas anderem rum experimentieren, da ich auch noch meine anderen laufenden Projekte habe. Aber eventuell kann ich da was machen, also mal schauen. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge hier. Fazit, ein gewonnenes Rennen. Ein Fohlen, was zwar eigentlich nicht meine Wunschfarbe hat, aber auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche. Und ich bin wirklich gespannt, wie der Kleine dann als erwachsener Hengst aussehen wird. Das sehen wir dann zusammen in der nächsten Folge. Wenn ich wieder hier meine meine kleine Herde auf der Weide besuchen gehe mit bis zur nächsten Folge Lischau online.